Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog von den Inselcämpern. Die Inselcämper sind die Leimer und das Wenden meine Wenigkeit. Ja, wie im Titel schon beschrieben, wir machen heute eine große Verlosung mit euch und zwar eigentlich passend zu Weihnachten. Weihnachten steht ja auch vor der Tür. Viele fragen sich auch, was kann man Wohnmobilisten zu Weihnachten schenken? Ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach, richtig. Aber wir machen es euch ewig einfach. Wir zeigen euch nämlich eine Alternative dazu, die eigentlich fast jeder Wohnmobilist gebrauchen kann oder deren Einsatz dafür auf jeden Fall findet. Wir zeigen euch das mal, was man alles gewinnen kann bei uns. Und zwar gibt es dieses riesengroße Paket von Screwlution. Screwlution, wer es nicht kennt, das sind Schrauben und Haken, die man anbringen kann, ohne zu bohren. Was ganz wichtig ist in einem Wohnmobil, weil wer bohrt schon gerne in seinem Wohnmobil rum? Diese Klebehaken oder Klebeschrauben, die haben alle so eine Tragkraft, also was man dranhängen kann, bis 6 Kilogramm. Und das ist schon enorm, gerade im Wohnmobil und sind auch sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Und wir benutzen das auch schon seit Jahren jetzt. Seit Jahren. Und wir wollen euch heute auch mal zeigen, was wir alle schon gemacht haben. Besser hätte ich es nicht sagen können. Genau. Weil wir lieben diese Haken. Also Haken oder Schrauben. Also wir haben so viel davon uns schon im Wohnmobil verbaut. Und die aufmerksamen Zuschauer kennen das. Wir haben schon einiges gezeigt. Aber das zeigen wir hier auch. Und wir haben die Haken bestimmt schon mehrere Jahre im Programm. Also mehrere Wohnmobile. Und überall haben wir die Haken schon angebracht. Und die waren überall sehr, sehr hilfreich und nützlich. Ja, vor allem auch bei der Hitze. Also wenn es richtig warm Wohnmobil ist, die bleiben an der Wand kleben. Es gibt auch andere Haken, die gehen dann von der Wand ab. Die wir auch schon probiert haben. Wir auch schon ausprobiert haben, aber die kriegt ja nicht so leicht ab. Und das ist gut so. Richtig. Das ist wirklich gut. Die sollen ja da halten. Und vor allem sollen sie das fest fixieren, was man damit eben vorhat. Und was man damit alles machen kann, das zeigen wir euch jetzt mal kurz. Richtig. So ihr Lieben, wir haben, wie versprochen, schon einiges hier geklebt und gemacht. Und ich war ja sehr unglücklich in unserem Wohnmobil, weil wir nur ein Gewürzregal haben. Also vom Eura hier eingebaut. Dann habe ich lange gesucht, passendes Regal gefunden. Und mit dem Kleberhaken hier angeklebt. Ich zeig's euch mal. Die Aktion haben wir euch schon gezeigt. Das Video verlinken wir mit oben. Weil, wie gesagt, noch mal kleben, es wäre blöd. Wir müssen abnehmen und wieder dran machen. Wollen wir nicht. Dann haben wir nur für Toplamm den Haken angebracht. Also die Haken, die liebe ich. Also weil die kannst du überall gebrauchen. Die sind wirklich unwahrscheinlich praktischer. Ja, dann haben wir für Handtücher haben wir hier Haken angebracht. Also die kannst du richtig schön, die schmiegen sich auch an. Also wenn das ein bisschen gewölbt ist, wie hier. Und sind auch nicht auffällig, weil sie eben transparent sind. Genau. Dann haben wir die, warte mal, schau her weg, hier auch angebracht mit dem Schrauben. Guck mal. Genau, da haben wir uns extra zusätzliche Regale noch mit eingebaut. Das war ja nur das eine angebracht. Das ist ja festgeschraubt. Aber wie gesagt, wir brauchen ein bisschen mehr Regale und da haben wir das auch noch angebracht. Da habe ich meine Mülltüten und so. Dann haben wir unser, ja, unser Motive so, was wir denn sonst so haben. Ja, und in der Dusche haben wir auch natürlich die Haken dran. Da haben wir für Handtücher einen Haken dran. Genauso wie hier, also ein wieder Bademantel oder Pulli, je nachdem, was wir da anbringen. Und im Badezimmer haben wir natürlich auch die Haken, haben die Hakenverwendung gefunden. Also hier für meine Schminkmeutel, was ich dann so habe. Ja, einmal hier und einmal unten drunter. Ja, und dann haben wir für Waschlappen hier den Haken. Also wir haben die wirklich fast überall eingesetzt. Auch unten unser Mülleimer in der Toilette, der wird während der Fahrt gehalten durch so einen Haken. Da ist der dran aufgehängt, dass der nicht durchs Wohnmobil fliegt und wirklich sehr, sehr praktisch. Nun, habt ihr gesehen, was wir alles im Wohnmobil angebracht haben, was wir alles gemacht haben mit den Haken? Wie gesagt, wir sind total begeistert und können euch wärmstens empfehlen. Absolut, ja. Also Hakenschrauben, also Hammer. Also wirklich, wir sind, wie gesagt, total begeistert. Ja, was müsst ihr machen, um an dieser Verlosung teilzunehmen? Das Set, das steht einmal zur Verlosung. Also nur einer kann es gewinnen, das muss man dazu sagen. Der Wert ist 95 Euro. Circa, genau, 95 Euro. Und um dieses Set zu gewinnen, müsst ihr einmal unten in die Kommentare reinschreiben, Hashtag Inselcamper. Damit habt ihr euch dann qualifiziert. Das ist das eine. Das Gewinnspiel geht bis zum 27. November. November, genau, 2022. Für diejenigen, die es ein Jahr später anschauen, das Video. Und wir ziehen dann den Gewinner und der Gewinner bekommt dann das Paket direkt zugeschickt, wenn er sich bei uns gemeldet hat. Genau. Der Gewinner wird natürlich per Zufallsprinzip wieder mit dem Rentbicker gezogen und das wird automatisch ausgelöst. Also da haben wir beide überhaupt keinen Einfluss drauf. Wir können auch nicht irgendwie für jemanden so oder so, das funktioniert nicht. Machen wir generell nicht solche Anfragen, könnt ihr euch sparen. Genau. Haben wir nämlich alles schon bekommen. Wäre es natürlich schön, wenn du noch den Abo nicht hast, bei uns zu abonnieren. Es ist aber keine Bedingung zu dem Spiel. Richtig, wir freuen uns natürlich auch über ein Like. Klar. Richtig. Und ich glaube, du möchtest das andere auch noch an der Verlosung teilnehmen, dann teilt das Video einfach. Ganz genau. Und nachdem wir den Gewinner gezogen haben, werden wir das eben öffentlich bekannt geben und dann bitten wir den Gewinner, uns eben seine Adressdaten zukommen zu lassen. Das ist ganz übliche, ganz normale Prozesse, eben wie bei jeder anderen Verlosung auch. Und Spielbedingungen findest du in Videobeschreibung. Richtig. Das ist ganz wichtig. Genau. Und wer jetzt aber nicht so lange warten will von euch oder sagt, ich gewinne bei Verlosungen sowieso nicht, möchte aber die Screwolution Haken trotzdem sich bestellen. Für den sei gesagt, es gibt gerade ein Black Friday Wochenende bei Screwolution, wo ihr die Haken und auch die Schrauben wirklich sehr, sehr günstig einkaufen könnt. Nämlich an diesem Black Friday Wochenende hat Screwolution im Angebot ein Medium Bundle, so nennt sich das, mit 12% Rabatt oder ein All-Inklusiv-Bundle. Da ist dann wirklich von allem eine Auswahl dabei mit 51% Rabatt. Und das würde ich sagen, lohnt sich in jedem Fall. Und wer daran interessiert ist, der Link zu Screwolution steht alles unten in unserer Videobeschreibung drin. Da könnt ihr draufklicken und landet dann direkt im Shop von Screwolution. Ein Tipp von mir, also man muss ja nicht unbedingt alles im Buomobil kleben mit den Haken, also auch zu Hause, also ganz normal zu Hause, also an der Fließe oder wie immer, das bietet sich auch eigentlich... Im Bad zum Beispiel. Im Bad bietet sich das an. Also egal, wo, wie gesagt, also es tut immer weh, was zu bohren, ob das im Buomobil ist oder zu Hause in die Wand oder in den Schrank. Fliesen tun besonders weh. Ja, oder es ist so. Oder im Schrank, also wenn man ein paar Sachen aufzuhängt, das ist wirklich total praktische Geschichte. Und ja, wie gesagt, wir können gernstens euch empfehlen. Absolut. Also wie gesagt, wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, einfach unten in die Kommentare reinschreiben, Hashtag Inselcamper und somit kommt ihr automatisch in den Lostopf und wir ziehen das dann den Gewinner. Also Einsendeschluss oder Teilnahmeschluss ist dann eben der 27.11.2022. Wir ziehen anschließend den Gewinner und geben den dann sehr zeitnah dann bekannt. Ich denke, im nächsten Frühstücks-CV geben wir euch durch. Genau. Und ja, wie gesagt, Frühstücks-V auch nicht verpassen. Richtig, bleibt dran. Das soll es auch gewesen sein für heute. Ich hoffe, wir können irgendjemanden von euch damit eine große Freude machen und vielleicht einen großen Gefallen tun, weil er genau nach sowas sucht. Denk dran, Weihnachten steht vor der Tür. Richtig, genau. In diesem Sinne würde ich sagen, hat euch dieses kleine kurze Video von uns wieder gefallen. Freuen wir uns wie immer über Dankeschön Richtung Norden. Falls es noch nicht passiert, hier unten ein Abo hinterlassen, verpasst ihr kein Video mehr von uns und ich hoffe, wir sehen uns hier demnächst wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, macht's alle gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.